Hi liebe UV-Freunde, hier ist Max Fuhrmann, ich befinde mich heute in der Halle West in Vechta. Ich treffe mich nämlich gerade mit Elle Haskamp, die werde ich jetzt gleich interviewen, aber vorher fordere ich Elle zum Duell. Hi Elle, meinst du hast eine Chance gegen mich? Ah, wir werden mal sehen. Alles klar. Sichtweise HB15,ية Ausmussade Klinika Gelegenheit HB25,-HB29,17. Gelegenheit HB25,n Amsterdam So, ihr habt es gesehen, Elle ist eine fantastische Handballerin und alles, was ihr schon immer über Elisabeth Hasskamp wissen wolltet, lest ihr am Donnerstag in der OV. Macht's gut!